In diesem Jahr wird der Weltklimarat IPCC den ersten Teil seines sechsten Klimazustandsberichts veröffentlichen. Darin zusammengefasst ist der neueste Kenntnisstand zu den naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels. Eine Vielzahl von Laboren hat für den Bericht neue Klimamodelle berechnet, mit dem Ziel, die Erwärmungswirkungen des CO2 noch besser einzugrenzen und die zu erwartende Klimaerwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts noch genauer vorherzusagen. Nach langwierigen Berechnungen auf einigen der besten Supercomputern der Welt lagen die Simulationsergebnisse schließlich vor. Und die waren äußerst besorgniserregend. Die mit dem IPCC verbundenen Wissenschaftler waren davon überzeugt, dass das CO2 ein viel gefährlicheres Klimagas ist als lange angenommen. Die wichtige Größe der CO2-Klimasensitivität, also des Erwärmungspotenzials des Kohlendioxids, wäre deutlich höher als gedacht. Die Modelle der sogenannten CEMIP-6-Generation bilden die Grundlage des sechsten IPCC-Berichts und vieler darin gemachten Vorhersagen, die auch für politische Planungen verwendet werden sollen. Der IPCC wird in vielen Ländern als Berater der Politik hoch geschätzt. Weder frühere Berichtspannen zu den Himalaya-Gletschern noch der wegen sexueller Belästigungsvorwürfe vorzeitig entlassene frühere IPCC-Vorsitzende Rajendra Pashauri konnten das Vertrauen in die UNO-Organisation erschüttern. Das könnte sich jetzt jedoch ändern. Wenige Monate vor Veröffentlichung des neuen Klimaberichts dürfte in der IPCC-Zentrale in Genf Krisenstimmung herrschen. Viele der im Bericht verwendeten Modelle enthalten nämlich grundlegende Fehler, sodass die mit ihnen errechneten Prognosen im Prinzip wertlos sind. In der Folge ziehen sich die Fehler durch alle drei Teile des Berichts, deren Aussagekraft wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen könnte. Bereits im Dezember 2019 warnte eine Gruppe um den IPCC-Autor Pierce Forster von der University of Leeds explizit, dass die überhöhten Klimasensitivitätswerte der neuen Klimamodelle nicht in Einklang mit den Messwerten stehen und sich daher wohl letztendlich als falsch erweisen werden. Im Laufe des Jahres 2020 erschienen weitere Publikationen, die eine geringere Erwärmungswirkung des CO2 unterstützten. Die Klimaschau berichtete in Ausgabe 17. Im Februar 2021 veröffentlichte nun eine Forschergruppe der Princeton University und der University of Miami um den Leitautor Chenggong Wang eine weitere Studie, die den überhöhten CO2-Klimasensitivitäten der CEMIP-6-Modelle den Boden unter den Füßen wegzieht. Die Wissenschaftler nahmen zunächst die neuen Modelle genau unter die Lupe. Weshalb produzierte das CO2 dort plötzlich so viel mehr Erwärmung als in früheren Versionen? Wang und Kollegen wurden schnell fündig. Es waren die Wolken. In den neuen Simulationen wirkten die Wolken als bedeutender Erwärmungsverstärker für die CO2-Wirkung. Viel stärker als je zuvor. Damit die simulierte Erwärmung am Ende die gemessene Erwärmung nicht übertrifft, musste die von den Wolken zusätzlich erzeugte Erwärmung von kühlenden Schwebstoffen, den sogenannten Aerosolen, ausgeglichen werden. Bei diesen Aerosolen handelt es sich vor allem um Schwefeldioxid, Verbrennungsrückstände aus Schornsteinen und anderen anthropogenen Quellen. Die CEMIP-6-Klimamodelle waren also im Prinzip wie ein langsam fahrendes Auto konzipiert, bei dem der Fahrer Vollgas gibt und gleichzeitig die Bremse fast vollständig durchtritt. Dieselbe Geschwindigkeit würde der Wagen aber auch bei geringerem Gas und weniger Bremse erreichen. Die Geschwindigkeit aus dem Autobeispiel entspricht der bislang gemessenen globalen Erwärmung der letzten 150 Jahre von 1,0 Grad. Die Forschergruppe aus Princeton und Miami überlegte sich nun, wie sie die beiden Fälle unterscheiden könnte. War es nun ein stark erwärmendes CO2, das durch Aerosole stark gekühlt wurde? Oder war es ein schwächer erwärmendes CO2 mit schwächerer Aerosolkühlung? An dieser Stelle kam den Wissenschaftlern die ungleiche Verteilung von Land und Meer sowie der industriellen Aktivitäten auf der Nord- und Südhalbkugel zugute. Aufgrund der deutlich stärkeren Industrie auf der Nordhalbkugel werden dort viel mehr kühlende Aerosole ausgestoßen als auf der Südhalbkugel. Entsprechend ist der Kühleffekt im Süden viel schwächer als im Norden. Wang und Kollegen untersuchten daher den Temperaturunterschied zwischen Nord- und Südhalbkugel in den Klimamodellen. Einmal mit der überhöhten Klimasensitivität der neuen CMEB6-Modelle in rot und einmal mit einer deutlich geringeren Klimasensitivität in blau. Das Ergebnis fiel deutlich aus. Am besten zu den real in der Natur gemessenen Temperaturdifferenzen in schwarz passte die Modellversion mit der geringeren Klimasensitivität, also die blaue Kurve. Das bedeutet also, dass das CO2 weniger stark erwärmt und die Aerosole daher auch weniger kühlen. Die mit Vollgas und angezogener Bremse fahrenden Klimamodelle des sechsten Klimazustandsberichts sind daher unplausibel. Der ebenfalls an der Studie beteiligte Geowissenschaftler Gabriel Vetschi erläutert in der offiziellen Pressemitteilung der Princeton University zur Studie, dass damit die extremen Vorhersagen der gescheiterten Modelle unwahrscheinlich geworden sind. Hierdurch könne nun bei der Dekarbonisierung wertvolle Zeit gewonnen werden. Das Tempo zur Klimaneutralität könne nun glücklicherweise moderater ausfallen. Die Veröffentlichung erschien am 28. Februar 2021 in den Geophysical Research Letters. Man darf gespannt sein, wie der IPCC mit dieser schweren Panne umgehen wird. Im Prinzip müssten große Teile des sechsten Klimazustandsberichts nun geschwärzt oder zumindest unter Vorbehalt gestellt werden. Politischer Entscheider sollten jedenfalls einen großen Bogen um den Bericht machen oder zumindest die Schlussfolgerungen kritisch hinterfragen.